Und dann haben wir natürlich, für so viele Haare so ein Mini-Krönchen. Also okay, es ist der erste Award. Die Kronen werden größer, reicher, dicker. Ich gebe ihn dir lieber in die Hand, weil es passt irgendwie von Proportionen nicht. Und ich will nur eins sagen, lass uns doch da mal für kämpfen, dass wir Germany's Next Drag Queen mal machen. Alle Drag Race von RuPaul, eine ganz erfolgreiche Show in Amerika, die ich liebe. Immer wenn wir in Los Angeles drehen mit Germany's Next Top Roll, läuft gerade immer von RuPaul. Es ist das Gleiche, was wir machen mit den Top Rolls, macht er mit Drag Queens. Und es ist so geil, sag ich heute. Viel Dank? Haben wir jemanden hier vom Fernsehen? Vielen Dank! Vielen Dank an euch! Viel Spaß heute noch! Lasst auch nicht machen! Dankeschön! Einen schönen Ausgang! Genau! Ladies! Immer Ladies sein! Vielen Dank. Dankeschön!